hallo meine lieben herzen herzlich willkommen auf meinem kanal sonnherz tarot ich freue mich euch alle recht herzlich begrüßen zu dürfen welcome back für alle die wieder einschalten zum liebes orakel für den monat august 2023 was erwartet dich für den sternzeichen stier asylen stier mondzeichen stier venus stier wenn du eines dieser vier dinge in deinem chart hast kannst du dir die legung hier anschauen und wenn du hier zum allerersten mal auf meinem kanal gelandet bist ja hallo und herzlich willkommen liebe seele ich begrüße dich von ganzen herzen wenn die allgemeine tarot kartenlegungen noch nicht bekannt sind dann bitte ich dich dass du kurz unten in der infobox dir alle wichtigen details entnimmst wenn dir das aber schon vertraut ist du einfach mich bisher nur noch nicht kennst ja dann entspann dich lehn dich zurück wir beginnen gleich für meine lieben männer herzen hallöchen auch an euch und meine lieben cross watchers hallo und herzlich willkommen auch an euch meine lieben stierherzen vielen 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 herzlichen dank dankeschön für den energieausgleich fürs abonnieren liken teilen kommentieren möge es doppelt und dreifach an euch zurückgehen und ja wenn du bei mir eine legung suchen möchtest unten in der infobox findest du meine webseite darüber kannst du einen kontakt mit treten oder direkt schon eine legung buchen und wir fangen an für einen stierherzen august wir haben die neue der stäbe stehen monat august der teufel vier der stäbe stehe könig der münzen das kommt stier steinbock jungfrau schon mal durch schütze mit der löwe noch eine karte für sechs der schwerter es wird zeitlos zu lassen das haben wir hier hinten ja deutschland es wird auch es reicht es reicht ja ihr versucht hier zu betteln und zu bitten und dass eure gebete hier erhört werden so das ist so was ich hier spüre bitte ich will jetzt auch endlich in eine feste partnerschaft lasst mich auch da rein gehör da drüben hin auf die andere seite noch nicht so weit ich sehe hier eine verbindung eine partnerschaft oder alle on off sache oder diesen starken wunsch hier endlich in diese partnerschaft mit dem gegenüber einzutreten ja ich sehe diesen monat mit dem neuner schwärter das ist so diese energie die ihr im liebesleben hier begleitet ist hier alte verletzungen alte wunden wo ich hier getriggert werdet ja alte wunden die hier noch nicht geheilt sind um einfach ich sag mal würdet ihr jetzt eine partnerschaft kommen würde das ganze hier mitschleppen weil ich sehe ihr lasst hier einfach die vergangenheit nicht los und das ist hier so was ich sehe was euch so ein bisschen belastet auch außerdem haben wir jetzt im august mitten im august mitte august fängt der rückläufige merkur an momentan haben wir schon eine rückläufige venus wenn die venus rückläufig ist kommen auf jeden fall alte liebhaber zurück wenn aber venus und merkur rückläufig sind kannst du wirklich davon ausgehen dass hier alte liebeleien alte partnerschaften ex-partner hier den kontakt suchen oder du suchst den kontakt ja also dass hier auf jeden fall ja hier kommt es wieder zu einem kontakt kommt es zu einer Wiedervereinigung bei euch sehe ich nicht direkt eine Wiedervereinigung bei euch sehe ich in diesem wunsch wirklich endlich du hast so viele gefühle und du möchtest hier eine feste partnerschaft du hast keine lust mehr hier auf lockere erfähren oder sonst irgendetwas ja du bist bereit für etwas festes jemand der sich hier wirklich committed jemand der sagt okay ich will das auch und ich will es mit dir ich möchte was aufbauen eine partnerschaft in eine partnerschaft investieren das ist das was ich hier so sehe und spüre ja der teufel 2 der kirche also diese partnerschaft die du dich hier wünscht ist einfach das ist eine sage ich muss ich dir so sagen ist einfach wenn der teufel da liegt ist einfach sehr schwer möglich diese emotionale erfüllung nach der du dich hier sehen zwar das ist eine emotionale abhängigkeit in der du dich befindest oder in der du dich hier begibst das ist einfach so was ich dir sagen muss ja nur in dem stäbe ja die herrscherin komm ich hier wirklich in deine kraft diese unabhängigkeit nach vorne zu schauen für einige es gibt hier auch habe ich das gefühl da ist einfach noch es ist schwer sich aus dieser partnerschaft hier zu lösen weil es hier kinder in dieser partnerschaft gibt weil es etwas gibt was euch hier verbindet für andere hier sehe ich mit der herrscherin wie hier schwanger sitzt der als alte verletzungen alte wunden die hier hochkommen es betrifft die ein baby ja das ist so was ich hier sehe also es kann sein dass du etwas von also ein baby mal verloren hast ja es kann aber auch sein dass du gerade momentan ja für einige geht es wird für wenige seien hier schwanger bist aber du weißt dass diese partnerschaft hier sage ich eine emotionale abhängigkeit ist ja und eigentlich ist jetzt zeit wird für dich loszulassen eigentlich hier du hast lange genug hier gespielt am tisch das lange genug versucht dass es funktioniert diese partnerschaft für der stäbe ja mit worten mit taten der könig der stäbe der könig der kei ich sehe hier kommt mehr als eine person zurück ich habe auch das gefühl verwechselt hier nicht lust mit liebe ja wenn es hier eine körperliche starke körperliche chemische anziehung hier gibt ne ich verwechsele hier nicht lust mit liebe das auch so was ich hier spüre könig der menschen klärung es gibt hier eine wiedervereinigung mit dem könig der münzen mir so hin und her gerissen du kannst nicht klar denken auch habe ich das gefühl du kannst hier zwischen zwei personen nicht entscheiden es ist hier eine dreier konstellation ist auf jeden fall hier noch eine dritte person involviert ja und es wird auf jeden fall hier zeit für dich dass du hier los lässt also dieser monat wird bei euch richtig 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 interessant in eurem liebesleben meine lieben stürzen gibt es hier ein auf und ab und durcheinander mehrere türen die sich hier öffnen ja mehrere liebhaber es ist nicht nur eine person die göttin des mondes ja vertraue hier deiner intuition hör hier auf deine intuition die göttin des mondes kommuniziert hier mit dir auch über die träume ist das was ich sehe und ich sehe es gibt hier dinge die noch verborgen sind vertraue nicht sofort ja lass dich hier nicht blenden benutze deine intuition lass dich hier nicht täuschen für mein lieben stierherzen Bereitschaft ich habe das gefühl sei bereit die liebe zu empfangen die für dich hier geplant ist und das ist nicht diese liebe ja du bist an einer weggabelung du darfst jetzt entscheiden was will ich was will ich nicht und wenn du merkst du hältst du etwas fest was dir nicht gut was dir nicht gut tut wird es zeit hier loszulassen du hast mehrere möglichkeiten nur weil eine tür sich schließt heißt es nicht du wirst keine tür wird sich mehr aufmachen es machen sich sogar mehrere möglichkeiten hier auf es liegt hier wirklich an dir mein lieber stier für was du dich hier entscheidest was willst du rückzug ja ich sehe hier ein rückzug ein ende kontakt abbruch pause stier monat august was soll übernehmen stierherzen jetzt für den monat august wissen ja und ich sehe auch hier bei euch ihr geht hier in kreisen ihr dreht euch immer wieder hier in dem kreis es ist ein karmischer zyklus in dem ihr hier noch feststeckt ja verwechselt es hier nicht mit einer märchenhaften romanze es kommt hier stopp finde einen anderen weg das ist nicht der richtige das ist nicht mr right deswegen mach dich bereit für mr right der monat august sollten wir meinen lieben sterz noch was wissen stehe bleibe ich hier bezüglich deines liebeslebens hoffnungsvoll nur weil diese person nicht der richtige ist oder die richtige heißt es nicht dass der richtige nicht kommen wird herbst 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 je nachdem wie du dich entscheidest kommt hier im herbst jemand jemand mit dem du auf selber wellenlänge bist ja und eventuell kennst du die person schon bereits mach dich gespannt was im herbst da auf dich zukommt aber ich sehe du wirst jetzt hier gezwungen etwas endgültig gehen zu lassen nach vorne zu blicken hier eine entscheidung zu treffen du bist an einer weggabelung wow meine lieben stierherzen ich beende hier eure legung es wird sehr interessant im august ich wünsche euch ganz ganz viel kraft und alles gute vielen herzlichen dank fürs zuschauen wenn du mit meiner energy war hast lass ein abo da eine gefällt mir angabe oder auch ein kommentar ich versuche alle kommentare zu beantworten vielen lieben herzlichen dank fühlt euch geknutscht bis dann ciao ciao ciao